Die Akustik eines Raums hat einen großen Einfluss auf die Qualität des Gesamtklangs bei Heimkinos, Hi-Fi oder Regieräumen. Denn selbst der hervorragende Klang professioneller Studiomonitore oder Hi-Fi-Lautsprecher kann durch unkontrollierte Raumakustik stark beeinträchtigt werden. Vor allem der Bassbereich klingt in unbehandelten Räumen oft unausgeglichen und matschig. Doch wie kann man seine Raumakustik in diesem Bereich verbessern? Während hohe Frequenzen gerichtet abgestrahlt werden, breiten sich tiefere Frequenzen kugelförmig aus. Alle Schallwellen werden an den massiven Begrenzungsflächen des Raums reflektiert. Durch die Überlagerung dieser Reflexion entstehen zwischen parallelen Wänden stehende Wellen, sogenannte Raummoden. Diese kommen immer dann zustande, wenn das Vielfache einer halben Wellenlänge zwischen zwei Begrenzungsflächen passt. Die tiefste Resonanz ist demnach die Frequenz, deren halbe Wellenlänge dem jeweils größten Abstand zweier paralleler Wände entspricht. In quaderförmigen Räumen kommt es außer diesen sogenannten axialen Moden zu tangentialen Moden zwischen vier Begrenzungsflächen sowie zu obliegenden Moden zwischen sechs Begrenzungsflächen. So kommt es zu Schwingungsknoten und Schwingungsbeuchen, also Auslöschungen und Überbetonungen einzelner Frequenzbänder an verschiedenen Positionen im Raum. Die einzelnen Raummoden werden je nach Position der Lautsprecher unterschiedlich stark angeregt, je nach Abhörposition unterschiedlich stark wahrgenommen. Meistens kann schon durch eine Veränderung der Abhör- oder Lautsprecherposition die Zusammensetzung der Frequenzbänder, in denen Überbetonungen und Auslöschungen auftreten, verändert werden. Um Verformungen des Frequenzgangs jedoch effektiv zu minimieren, müssen Raummoden bedämpft werden. Am besten eignen sich hierfür Basstraps mit ausreichender Bautiefe, die in den Ecken aufgestellt werden. Hier ist die Verteilung der Raummoden aus allen drei Raumdimensionen am gleichmäßigsten. So gewinnt der Bassbereich wieder an Klarheit und Druck und ihre Lautsprecher können ihren wahren Wert entfalten.